Ich will Ihnen was zeigen. Sehen Sie die Bank da drüben? Ich gehe rein und raus in drei Minuten. Um was zu tun? Sie überfallen. Happy New Year! Jede Stadt hat ihren König. In Ottawa war dieser Typ Tommy Kay. Ja, ich habe vielleicht keinen Schulabschluss, aber Doktortitel im Straßenkampf. Ich brauche etwas Startkapital für einen Job außerhalb der Stadt. Und ich habe gehört, Sie sind der Mann, mit dem man sprechen muss. Bin dabei. Auf Partnerschaft und Whisky. Niemand wird böse geboren. Wie alles andere braucht es Übung. Hallo. Halt, nicht schreien. Wie sieht's aus? Was ist denn hier los? Gegenüber gab's einen Banküberfall. Was? Ja! Detective Ray Hoffman, 8.220 Raubüberfälle landesweit. Sie kürzen uns die Mittel, weil wir nicht die nötigen Zahlen liefern. Enchanté. Vernichte ihn mit Erfolg, begrab ihn mit einem Lächeln. Wenn das nicht hilft, hat man immer noch zwei Hände, Art Knöcheln. Ein Ergebnis. Dass wir die Abteilung zusammenwachen. Wir gründen eine neue. So was wie eine Taskforce. Danke, Mrs. Claus. Frau, Familie? Nope. Ich bin noch zu haben. Gibt's was, das ich über dich wissen sollte? Hast du irgendwelche Ziele und witzige Erlebnisse? Ich kann dir nicht alle Geheimnisse verraten, oder? Können Sie mir einen Gefallen tun? Wem gehört das? Uns. Wir haben immer noch nichts über ihn, oder? Nichts. Er ist wie ein Gast. Wenn du weiter tust, was du tust, so wie du es tust, bist du im Millionärsclub noch, bevor du Hände hochsagen kannst. Ja, ich glaube, ich habe gerade einen Banküberfall beobachtet. Was schätzt du, wie viele solcher Dinger kannst du noch durchziehen? Ich muss nur noch einen machen. Einen letzten Kuh. Wenn wir das vermasseln, fangen wir wieder von vorne an. Ich würde gern was auf die Kreditkarte einzahlen. Tja, Gott schütze die Königin. Hat jemand diesen Mann gesehen? Und wie wollen Sie einzahlen? Hände hoch! Cash. Cash.